So, Vater von Hardenbeck. Als erstes müssen wir Ihnen mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Lass mich schon mal den Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt es einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plural. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada. Versch mich nicht. Du hast mir ein tolles Leben versprochen. Das ist es nicht. Selby, du hast ja recht. Ich weiß, aber ich weiß nicht. Gar nichts verstehst du. Nicht mal, als ich dir gesagt habe, dass ich was verhungert bin, hast du was unternommen. Ich weiß, aber ich dachte, dass ich vielleicht... Du nutzt mich einfach immer nur aus. Nein. Das stimmt nicht. Und ob das stimmt. Das stimmt nicht. Du nutzt mich nur aus. Das stimmt nicht, Selby. Wenn es um selbst besser gibt, dann schmerzt mich nicht.